Also, euch grüße ich, ihr dürft. Ansonsten haben wir heute ein bisschen Ruhe. Ich habe alles gesagt. Gut, danke dir nochmal. Er hat das in die Bildzahlung gesetzt und plötzlich, es war wirklich bis nach Österreich, wo ich ja auch mal war. Und viele fragen, wieso? Ja, darum. Weil ich merke, dass meine Kräfte schwinden. Das ist ganz klar. Mit 81 ist es immer so. Und ich will noch mit einem gewissen Dampf abtreten. Nur nach Hause dann für alle und dann können manche Träne verdrücken. Ist mir vollkommen egal. Aber jetzt ist noch Zeit. Dann irgendwann wird es unangenehm. Es wird dann so ein Abziehbild von mir selbst. Ich möchte nicht wie beiden dauernd stolpern. Das ist ja auch so altwegig. Aber manche haben sich schon Sorgen gemacht. Nein, nein, es sind keine Sorgen. Ich habe es einfach eingesehen. Wir haben uns getroffen und ich sage, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt aufhören. Wenn es am schönsten ist. Und weil diese Riesenveranstaltungen, ich brauche Veranstaltungen, wo ich zwischendurch mal sagen kann, können nicht jeder mir mal ein Bier hochreichen und nicht so Riesenbühnen. Habe ich alles gemacht. Hätte ich gerne nochmal. Aber es ist Schulz. Wie fühlt sich das jetzt an für dich? Ja, also es ist ein Hauch von Wehmut. Aber erst danach. Aber auch so zufrieden. Ich habe, wie gesagt, alles gemacht. Wisst ihr ja auch. Also mehr kann man nicht machen. Und für Obdachlose bin ich weiter da. Und für Hertha. Hertha hat gewonnen heute. Aha. Da werde ich auch vor der Ostkurve stehen. Also als Kapitän. Warte mal, machen wir nochmal so. Und als Kapitän werde ich die großen Gewässer meiden jetzt. Kein Ozean, sondern kleine Binnengewässer. Also mein Kanal und so. Also ich mache noch so weiter im Kleinstil. Wollte ich sagen. Wünsche euch alle Jude in Farbe. Okay, gut. So. Ich gehe mal wieder rein und brauche mein Bier jetzt. Danke.